Ja, ich grüße die Leserinnen und Leser der Neuen Rheinischen Zeitung. Und wie Sie alle wissen, wir stehen im Wahlkampf. Tatsächlich ist es nichts anderes als ein einziger Krampf. Die herrschenden Parteien kann man ja voneinander eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Die CDU von der SPD sowieso nicht und die anderen Parteien, die sich nun zur Wahl gestellt haben, bis auf die Linkspartei, für die gilt das Gleiche. Die haben alle im Wesentlichen die gleiche wirtschaftspolitische Ausrichtung. Auch finden die Frieden ganz toll, wenn es sich um NATO-Aggressionen handelt. Bei den Medien sieht es leider auch nicht sehr viel besser aus. Die sind nichts anderes als die Verstärkerkräfte der herrschenden Zustände. Darum kann ich nur dringend empfehlen, liebe Leserinnen und Leser, stärken Sie die Neue Rheinische Zeitung und lassen Sie sich dort von neuen Einsichten inspirieren.